Der internationale Ostseepokal Und wir haben den ersten Teil hier heute abgesehen Mega Werbung für den Marksport Ja Egon, tolles Racing Ladies and Gentlemen Number 3 Den dritten Platz hat belegt in einem artenberaubenden Rennen hier Adrian Schiffel Jawoll Ja, tolle Stecken gegen Matthias Turnblom Ja, das macht Lust auf mehr Auf dem zweiten Platz ebenfalls aus Polen Herzlichen Glückwunsch Gregor Zengota Ja, Gregor And ladies and gentlemen, what can I tell you More times, many times Grand Prix rider One with the most experienced riding style Hier von Sieg zu Sieg mit einem super, super low Nach Maximum aus Polen zu uns gekommen Und immer wieder ein gern gesehener Gast Sebastian Ullamek Und jetzt natürlich die polnische Hymne Wenn wir die finden, Tom Oder Sven Oder Roberto Wer ist am schnellsten am PC? supported Für uns 头 1, 2, 3, 4, 4, 5